Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Wir haben mal wieder ein Problem mit dem S60. Und zwar würde ich jedem, der ein Auto hat, mit einem DPF, also mit einem Dieselpartikelfilter, würde ich immer empfehlen, wenn ihr einen Service macht, Fehlerspeicher auslesen und gucken, ob ihr einen Fehlereintrag habt wie Partikelfilter. Oder wenn ihr irgendwelche Fehler hattet und damit rumgefahren seid, ist es wichtig darauf zu achten, dass nach, wenn etwas kaputt war, wie zum Beispiel Glühkerze, und man mit einer kaputten Glühkerze fährt, regeneriert der Partikelfilter nicht. Und wir hatten ja das Problem mit dem Thermostat hier und wir vermuten, dass der Partikelfilter auch nicht regeneriert hat. Wir haben nämlich einen Fehler, Rußpartikelfilter. Aber wir haben keine Motorstörlampe. Und jetzt wollen wir einmal mit euch zusammen auslesen, mit Kali, wie stark er verrustet ist. Das können wir hier nämlich einmal sehen und können dann im Prinzip eine Notregenerierung machen und gucken, ob er sich selbst wieder freibrennt. So, ich habe das Ganze jetzt mal gestartet. Ich verbinde mich einmal. Dann können wir das Ganze mit Kali auslesen, wie der Zustand ist. Also wie viel Gramm der Partikelfilter hat. Wir können die Notregenerierung einleiten und hoffen, dass der Fehler wieder weggeht, bevor wir Partikelfilter ausbauen, sauber machen oder den austauschen. Das könnt ihr hier gleich alles einmal sehen. Erstmal lesen wir den Fehler aus. Ich hatte ihn schon mal ausgelesen gehabt. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und wie gesagt, wir hatten keinen Leistungsverlust, wir hatten keine Motorstörung. Wir haben einfach nur den Fehlerspeicher mal ausgelesen und hatten da einfach Rußpartikelfilterfehler drin. Und den wollen wir natürlich nicht drinnen behalten, weil Rußpartikelfilterfehler bzw. ein voller Rußpartikelfilter ist für den Turbolader nicht gut. Für den Spritverbrauch und so weiter. Aber Turbo ist ja wirklich empfindlich. Und ja, als nächstes würde es kommen, dass wir keine Leistung haben. Notlauf, Motorstörlampe, diese Geschichten fangen dann an. Das ist wirklich schon, wenn es schlimmer wird. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen werden wir jetzt versuchen, auslesen, löschen, Rußpartikelfilter angucken, den Status. Das können wir nämlich ziemlich gut über Kali angucken. So, wir haben vier Fehler. Und im Motor haben wir Partikelfiltersystem. Mehr Infos. Das fängt dann gleich nach den Infos zu suchen. Das brauchen wir nicht unbedingt zu googeln. Rußpartikelfilter. Rußpartikelfilter stark beladen. Dadurch, dass man halt mit irgendwelchen Fehlern rumgefahren ist, konnte der Partikelfilter sich nicht regenerieren. Und dann ist der Rußpartikelfilter irgendwann voll. Wir probieren es jetzt mal zu löschen. Und dann probieren wir einmal, den Rußpartikelfilter Notregenerierung einzuleiten. Es gibt unterschiedliche Notregenerierungen, die man einleiten kann. Also, beziehungsweise es ist immer modellabhängig. Manchmal ist es so, dass man Notregenerierung einleitet und dann wird gesagt, mit dem Auto 30 Minuten fahren. Oder Notregenerierung kann man im Stand einleiten. Das Auto steht und gibt von alleine Gas. Das gibt es da eigentlich noch. Das sind so die zwei Standards, die ich kenne. Oder man sitzt selber drin und muss die ganze Zeit Gas geben. Das sind so die drei Notregenerierungen, die man mit dem Computer einleiten kann. Wenn das nichts bringt, dann muss man Partikelfilter ausbauen, selbst freibrennen oder irgendwo zu einer Firma einschicken, die das dann freibrennen können. Oder im schlimmsten Fall Partikelfilter austauschen. Wichtig ist es, darauf zu achten. Es kann natürlich auch sein, dass der Sensor kaputt gegangen ist. Das bedeutet Partikelfilter voll. Dadurch, dass der Partikelfilter voll ist, kriegt der Sensor den vollen Druck ab, weil es über die Schläuche miteinander verbunden ist. Und dann kann es natürlich passieren, Partikelfilter ist frei, aber der Sensor ist defekt und zeigt euch immer noch an, dass der Partikelfilter voll ist. Das ist manchmal sehr problematisch. Deswegen ist eigentlich immer zu empfehlen, nachdem man den Regenerator hat, den Sensor neu zu machen. Und natürlich die Grundeinstellung durchzufilmen. Man hat ihn sauber gemacht und sagt ihm dann, ich habe dich sauber gemacht. Aber wir gucken uns gleich erstmal an, Fehler werden gelöscht. Wir gucken uns gleich erstmal an, wie der Status vom Partikelfilter ist. Und das ist echt mit Kali hier gut, du gehst einfach auf Partikelfilter, das seht ihr gleich. Jetzt ist die Frage, ob auch alle Fehler weg sind. Ich würde mich jetzt interessieren, ob der Partikelfilterfehler sich löschen lassen hat. Weil es ist immer ein großes Indiz, wenn ihr Zündung anhabt und der Dieselpartikelfilterfehler trotzdem da ist, dann ist es schon ein Anzeichen, dass der Sensor einen weg hat. Weil es müsste sich eigentlich löschen lassen. Also Autos mit Partikelfilter wirklich, wenn ihr irgendwelche Fehler im Motorsteuergerät habt, versucht die immer schnell zu beheben. Wir haben nur einen Fehler im Klimabereich, AOC-Sensor, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Gehen wir jetzt auf DPF. Wir können hier ganz gut auf Funktionen unten rechts und dann einfach hier unten runter auf DPF. So, dann können wir hier einmal Start-DPF-Check. Wir haben Rußmasse 46 Gramm, Aschemasse 9 Gramm. So. Wenn wir drauf gehen, dann steht hier, bei einem freigebrannten DPF gibt es eine Rußmasse von 1,5 Gramm. Wir können uns das so vorstellen. Wir haben Partikelfilter, sammelt Ruß und brennt diesen Ruß quasi dann frei. Beziehungsweise macht den Ruß quasi kaputt, macht ihn zur Asche. Ein Teil von der Asche fliegt dann wieder raus und ein anderer Teil der Asche bleibt im Partikelfilter. Irgendwann ist der Partikelfilter so oder so dicht. So, und hier steht mit einem Aschemaß von mehr als 100 Gramm wird empfohlen, den DPF von der Asche durch professionelle Arbeit zu reinigen. Oder zu reinigen oder der ist dann irgendwann so dicht, dass der ausgetauscht wird. Und wir haben 9 Gramm Asche, das ist okay, aber wir haben zu viel Ruß. Das ist das Problem, weil er sich nicht selbst freibrennen konnte. Wir können jetzt hier die Regenerierung anfordern. Ist angefordert. Wir haben das auch schon probiert durchzuführen. Okay. DPF Regenerierung erfolgreich angefordert. Bitte lies dir den weiteren Vorgang aufmerksam durch, nachdem du okay gedrückt hast. Okay, wo lese ich mir das denn durch? Ach hier. Die Regenerierung werden erfolgreich angefordert. Man empfiehlt nun eine mindestens 30-minütige Fahrt mit mindestens 80 Kilometer pro Stunde. Unter diesen Umständen brennt dein Partikelfilter Ruß zu Asche sehr gut frei. Die Rußmenge soll nun kontinuierlich sinken. Mit Start des Partikelfilter-Checks kannst du wieder die Live-Werte angezeigt und aufgezeichnet werden. Man könnte jetzt rein theoretisch Handy mitnehmen und eine halbe Stunde rumfahren. Aber wir werden das jetzt so machen. Wir lassen das Auto jetzt fahren und werden das beim nächsten Mal abchecken, ob der Wert runtergegangen ist oder nicht. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also wir haben 46,26 Gramm. Und ja, also wie gesagt, Kali ist echt in dem Fall sehr gut und sehr einfach. Ja, Regenerierung haben wir angefordert. Und ich würde sagen, alle weiteren Fragen unten in die Kommentare. Und wenn der Fehler nicht weggeht, dann werden wir Schritt für Schritt den Fehler nachgehen und herausfinden, warum diese Lampe leuchtet. Also, es ist wie folgt. Das Auto ist jetzt rumgefahren. Wir machen Zündung an. Aufnahme startet in 3, 2, 1. Wir gehen auf Kali. Und verbinden das Ganze einmal wieder. Gehen auf DPF-Check. So. Gehen auf DPF-Check. Ihr könnt hier jetzt wieder alles sehen. Und zwar, das Auto ist wiedergekommen. Es hat sich nichts verändert. Wir haben das Ganze mit dem Gutmann-Tester. Dem Auto bestätigt, dass wir eine Regeneration gemacht haben. Eine Regenerationsfahrt. Da kann man den Partikelfilter zurücksetzen. Bei Kali ging das nicht. Also, bei Kali kann man nur DPF-Check machen und Regeneration anfordern. Aber, so jetzt sehen wir es, ist angefordert. Das haben wir jetzt nochmal angefordert. Und wir beobachten jetzt mal, ob der Fehler wiederkommt und ob der Ruß-Asche-Gehalt hochgehen wird. Wir hatten, glaube ich, 9 Gramm Aschemasse und Ruß-Masse hatten wir, glaube ich, 46. Wir haben das Ganze jetzt zurückgesetzt mit dem Gutmann-Tester. Das ist jetzt im Moment Stand der Dinge. Und in dem Video geht es eigentlich mehr oder weniger, dass man diesen DPF-Check machen kann. Quasi sich angucken, wie der Zustand vom Partikelfilter ist. Finde ich immer ziemlich wichtig beim Kauf. Und, ja, aber mehr haben wir hier nicht geschafft. Wir haben probiert, mit dem Handy zu fahren, also Regeneration anzufordern und damit zu fahren, um zu gucken, ob sich Ruß-Masse weniger wird. Hat sich nichts geändert. Deswegen, vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen damit. Oder bei anderen Modellen hat es besser geklappt oder wie auch immer. Und wir beobachten das Ganze mal. Und wenn der Partikelfilterfehler wiederkommt, dann gibt es sowieso ein separates Video dazu, was wir für Schritte unternehmen. Und ich hoffe, dass es jetzt hier alles gut bleibt. Wir werden das Ganze beobachten. Deswegen, in dem Sinne, mit Kali DPF-Check ziemlich schnell, ziemlich einfach. So kann man das Ganze machen. Und, ja, schreibt mir eure Meinung zum Thema Kali, Partikelfilter, alles unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik